Hallo Leute, willkommen hier zurück bei Fortnite. Heute mal einfach nur so ein bisschen Lama oder Piñatas öffnen. Vor allem Lamas, da steht doch Piñatas. Egal, wir fangen an. Ich hab neun. Hier kann ich noch zehn anfordern. Und hier hab ich auch noch ein paar. Wow, ich hab ganz schön viel. Na, die gehen wir nicht aus. So, wir öffnen die. Wir fangen einfach mal an. Wow. So viele. Boah, da sind ja auch noch epische, aber nix legendäres. Aber selten. Und Skizzen. Egal, wir gucken mal. Und dann schauen wir auch mal in die Sammlung. Nummer eins. Ja, ich weiß, das kann man skippen. Ich hab keine Ahnung. Ein Kollege von mir meinte, dass ich hier immer das Falsche nehme. Er hat mir aber nicht gesagt, was das Richtige ist. Öffnen. Ach, weißt du was? Wir gehen gleich mal auf alle öffnen. Guck mal, Verteidiger. So, hier. Alle öffnen. Genau, sehr gut. Ja, allerdings. Das ist ja auch ne Hake oder so. Bö, bö. Ippisch. Ui. Boah, ne fette Keule. Das kommt auch gut. Und ein Schwert. Ich lass es bestimmt nicht liegen. Seltenes Sturmge... Sturmgewehr. Ich spiele überwiegend mit dem Sturmgewehr. Nahdistanz und weitere Entfernungen einfach nur gut. Wandpfeile. Habe ich, glaube ich, schon. Aber ist ja gut für die Sammlung. Ja, komm. Rock'n'Roll. Und 50 Bonbons gibt's da auch wieder drauf. Ich wundere mich, dass ich seit, ja, ungefähr so anderthalb Wochen irgendwie nichts bekomme. Aber ich hab die auch alle nicht geöffnet. Ich hab die halt gesammelt, um das mal in dem Video aufzunehmen hier. Boah, nochmal 200 Bonbons. Und, was? Ne epische Bodenfalle? Ne, ne Deckenfalle. Vielleicht ist da mal diese Gasfalle dabei. Die hab ich, glaube ich, noch nicht. Äh, hm. Ja, was nehm ich denn? Ich nehm das Elektrizitätsfeld. Ob's besser ist als der Zapper? Keine Ahnung. Kappa. Wow. Oh. Jawoll. Wie? Das war's? Okay, das war jetzt mal ordentlich Loot. 18 Karten. So. Dann können wir natürlich... Ähm. Nach, was mal hier weiter? Was geb ich denn dafür eigentlich aus? Egal. Alle anfordern. Hallo, Kommandant. Hi. Jawoll. Silber. Was bin ich dafür? Ein glückliches Lama. Ja, ein kaputtes Lama. Siehst du, das sagt ja selber Lama. Ne Piñata ist ja eigentlich auch ein Lama, ne? So. Äh. Schrotflinten hab ich eigentlich ein... Ja, wobei. Die hab ich auch. Schrotflinten geh ich mal. Hab ich, glaub ich, noch nicht genommen hier. Well. Also, nochmal zur Erklärung. Die Piñata ist ja das, wo ich draufkloppe, ne? Bekannt aus Mexiko. Das ist da, glaub ich... ... ... ... ... ... ... ... Oh, was war das denn? Ach so, ein gewöhnlicher Überleben, ne? Boah, das gibt ja Gold, ey. Ohne Ende. Müssten jetzt 210 Gold sein, ne? Mit dem davor. Wenn ihr jetzt mitgezählt habt, richtig. Boah, nochmal 30. Boah, nochmal 30. Von dem Kram. Weil ich's einfach noch nicht ausgebe. Nieder mit Monstern. So, das nächste mit dem Samurai-Schwert. Wobei, war ja kein Samurai-Schwert. Was labert der? Keine Ahnung. Fragt mich halt. Ich weiß es nicht. Ja, ich. So, kehr den Scheiß da mal auf. Und der Bauer sticht zu mit der Heugabel. Oh, das war aber gerade mega verzerrt. Zu schnell gedrückt. Jo, was geht? Ey, beim allerersten Mal hatte ich wenigstens Silber. Lama-Tag. Definitiv Lama-Tag. So, 47 Karten. Wow. So, jetzt können wir ja hier immer noch eins anfordern. Weißt du was? Ja, und? Nein. Ich wusste, dass ich was Besonderes bin. Was gibt es hier jetzt episches? Oh. Und noch einen Überlebenden. Und nochmal Gold. Und nochmal Gold. Nochmal Gold. Ich liebe Gold. So, dann kaufen. Äh, nee. Wir machen jetzt die Bonbons hier alle. Albtraum Lama. Also die Halloween Bonbons. Oh, ja. Komm. Bestätigen. Wir hauen raus. Oh, die hab ich noch gar nicht. Hehe. Jawoll. Wow. Was war das? Schrot oder Sturmgewehr? Und das ist... Etwas... Das bin ich. Ja. Dass du reden kannst, wie du aussiehst. Haha. Jawoll. Gib mir mehr. Yeah. Ah, der Klassiker. Der Klassiker. Lama ist raus. Oh, jetzt. Vorhin haben wir Schrotplinte genommen. Jetzt nehm ich das. Man weiß ja nicht, was sich dahinter versteckt. Was kommt? Achso. Auswählen. Oh. Konstrukteur. Meine ich, ist sinnvoller. Und was jetzt? Die gepanzerte Penny hatte ich gerade, aber nicht als episch. Ich glaube, den Basis... Ich bin nicht sicher. Ich meine, aber den hab ich schon. Deswegen nehmen wir die nochmal. Hi. Und Command. Spitfire. Kommando. Boah, das gibt ja ordentlich hier. Bam. Mit dem Hammer eine vor den Latz. Haha. Ob wir jetzt mehr Karten als gerade bekommen? Wir hatten, glaube ich, 47, oder? Den haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drin gehabt. Egal. Kann ich in die Sammlung packen? Oh, jawoll. Obwohl ich nicht weiß, wie die Waffe abgeht, ne? Ja, das muss man einfach machen. Legendär. Ja, legendär. Oh, den hab ich jetzt mega schnell gedrückt. Bodengriller. Oh, den hat man auch schon. Oh, den hat man auch schon. Die noch nicht. Ich nehm nochmal die Deckenfalle. Oder? Ja. Weil Bodenfallen hab ich doch ein paar mehr. Deckenreifenstapel. Na toll. Ich weiß nicht, ob... Ach, hier steht ja auch, ob ich den Besitz habe. Nehmen wir aber den. Ich find den Reifenstapel irgendwie lane. Ja, die mal gleich drauf gucken können, ne? Da steht ja, wie viel ich schon im Besitz hab. Ich bin auch so der Noob. Tschüss. Ja, toll. Die haben auch gerade das Legendär bekommen. Vorsicht mit der... Adios. Los, gib mir mal was richtig Fettes. Ja, wie oft denn noch? Oh, wir können da ein schönes Sammelbuch voll machen. Immer Nahkampfwachen hab ich... Waffen hab ich bei Legendär. Oh, 72 schon. Geht ja richtig ab. Niemals. Da kommt immer der, ne? Oh, und die hab ich jetzt schon zweimal. Egal. Wie gesagt, es geht alles in die Sammlung. Wow. Das war's. Also die V-Bugs geb ich nicht aus. So, schauen wir erstmal in der Zentrale bei Helden. Bei Walden. Boah, das sind aber viele. Warte. Boah, das leckt auch gerade heftig. Warum? Ich lad grad noch ein Video hoch. Ist aber eigentlich fertig gewesen von der Aufnahme. Ja, ich will jetzt echt mal die... Ich bin ja mal gespannt bei den Überlebenden, ne? Hier verwalten. Kennt ihr ja? Boah. Ja, das war mal richtig Looting jetzt. Also, ich hätte noch länger sammeln können, aber... Wieso krieg ich nicht auf die Neuen? Ah, das geht hier gar nicht. Das sind ja alles Neue. Lol. Ganz viele doppelt. Aber mit anderen Eigenschaften halt. Kann ich noch forschen. Ich geh halt immer der Reihe nach momentan. Weil ich mich noch gar... Ich weiß nicht, auf was ich mich spezialisieren könnte oder sollte. So, in die Sammlung. Ach ja, Skizzen waren ja auch tausend dabei. Boah. Guck mal. Das ist legendär. Scharfschützengewehr. Sturmgewehr. Das war doch ein Sturmgewehr, das eine. Das ist schon mal gut. Was hat denn das sonst so für Stats? Naja, okay. Kann man noch ein bisschen leveln. Aber mit dem Leveln halte ich mich halt noch zurück, weil ich... Nicht weiß, auf welche Waffe ich gehen soll. Man muss ja halt erstmal so... Die Waffen alle kennenlernen, ne? Oder es sei denn, ihr habt den ultimativen Tipp. Dann muss es aber immer noch nicht sein, dass ich mit der Waffe gut klarkomme, ne? Logisch. So, da gehen einige rein. Ui. Wo fange ich denn an? Den hatten wir eh... Paarmal. Nur einmal? Okay. Ich dachte, den hätte ich mehrmals. Der ist zweimal dabei. Aber ist das gut, den jetzt zu benutzen? Gibt da ne legendäre Belohnung. Guck mal, der... Naja, die Stats sind unterschiedlich. Also, die haben andere Eigenschaften hinten. Aber... Ich würde sagen, legen wir rein. Und guck mal. Da haben wir doch was viel besseres für bekommen. Sammeln fetzt. Ich bin eh so ein Sammelfan. So, schauen wir nochmal hier. Die haben wir alle nur einmal. Also, ich geh jetzt nur da durch, wo ich die doppelt hab. Okay. Ja, siehste. Kurbelschuss. Wusste ich doch. Den haben wir ja gerade zweimal bekommen. Das dauert. Regentropfen. Immerhin. So, hier bei Helden. Hm. Alle nur einmal bekommen? Anführer der Daktoren. Da hab ich eigentlich einen Anführer. Und was hat der für einen Level, der ich da drin hab? Fünf. Pack ich rein. Ich glaub, mein Doktor ist besser. So, egal. Fallen. Da haben wir zwei. Ich brauch keine zwei Skizzen. Vor allem nicht, wenn die dieselben Stats haben. Bla, bla. Okay. Okay. Im Prinzip kann ich jetzt auch sagen, ich brauche hier zum Beispiel die in der Mitte nicht. Klar. Die ist billiger in der Herstellung, ne? Aber, na gut. Wir lassen's doch mal lieber. Ich möchte einfach am Anfang nicht zu viel verpulvern, sag ich mal. Und später steh ich dann blöd da. So, was doppelt ist, kann immer rein, denk ich. Oh, Moment, warte mal. Ah, nee. Ich dachte, hier wär' mehr drauf gewesen. So. Scharfschützengewehre. Dass da nur eins dabei ist, ne? Schwerter, auch nur eins. Also, pro Stück. Keulen. So, das war's eigentlich. Die anderen Sachen, die möchte ich jetzt nicht verballern. Einfach aus dem Grund, weil ich mir dann nochmal in Ruhe hier meine Teams anschauen werde, wo ich da noch was mit reinpacken kann. Wobei, eigentlich kann man gewöhnlich und ungewöhnlich schon mit reinpacken ins Sammelbuch, oder? Hatten wir denn da irgendwas? Na gut, das war eh... Na ja, bei selten würde ich schon aufhören. Also, das hier oben, das mach ich eigentlich eh immer schon voll, wenn's geht. Wie hier halt. Ah, da nicht. Komm, den können wir auch reinpacken. Und das gibt ja auch was. Level 41. Oh, können wir direkt weitermachen mit den... Piñatas. Ich muss sagen, was ich blöd finde, tatsächlich, siehst du, hab ich doch gesagt, die hab ich in... selten bekommen, also ungewöhnlich und episch dann direkt danach oder fast danach. Ja, was ich sagen wollte, ich finde blöd, dass hier oben immer das Ausrufezeichen ist, weil es wahrscheinlich die Sammlung betrifft. Das ist nervig, ich hab nämlich diese Zeichen da eigentlich immer gerne weg. So, guck mal, hier haben wir ordentlich gelootet, ne? Ja, ich weiß, man kann das auch mit den... BASD-Tasten steuern. Nein, ich will nicht quatschen. Ey, lass mich in Ruhe. Hä? Okay, warte, dann muss ich mal hier hinklicken. So. Ablegen und wieder eine Belohnung kassieren. Oh, siehst du, das bringt schon, was das Sammeln. Na, na. Müssen sie sich halt mal merken, ne? V. Wollen wir den noch einpacken? Komm, machen wir. So, was gibt es noch? Da hatte ich... War das bei dem? Ne, ja, ne. Den hier vorne können wir ruhig wegpacken. Aber hier hinten, da würde ich doch aufpassen. So. Heilpad lass ich. Da hab ich nämlich kein anderes mehr. So. Ach, hier, komm. Das ist doch klar, dass sie da wegkommt. Was ist das überhaupt für eine... Die taktische. Ach, egal. Weg damit. Ihr habt schon besseres Zeug. Ähm. Nein, die nicht. Heißt nicht, dass ich die gerne spiele. Also, aber die ist immer so gut, wenn ich wirklich zwischendurch mal etwas brauche. Kann ich die nutzen. Mach ich dann auch. Aber ganz ehrlich, so die Nahkampfwaffen, da brauche ich nicht mit anfangen. Also, da kommen später noch viel geilere. Klar, kommt überall noch besseres Zeug. Ein Cricket-Schläger. Oh, ne Brechstange. Und ein Schraubenschlüssel. Vor allem, ich finde das geil, dass das hier nicht dieselben sind, ne? Also, klar. Ah, ne, das ist ein verlässliches Rohr alles. Und das ist ein Steckschlüssel. Ah. Naja. Upgrade unter den einzelnen Waffen selber nochmal. Ja, gut, Leute. Ich würde sagen, war jetzt mal ein bisschen so außerhalb des eigentlichen Spiels, ne? Aber es gehört ja dazu. So, wir schauen nochmal hier. Überlebende. Genau, da war ja noch einer dabei. Neu. Dida. Dida, Dida oder Dida. Ja, wie gesagt. Ähm. Das war's mal hier von dem Part. Ich danke fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ich sowas nochmal machen soll. Gibt mir Tipps, wenn ich irgendwie das Falsche gewählt habe. Und vor allem, wie lange soll ich sammeln, bevor ich nochmal so ein Video mache. Und damit, haut drin. Bis dahin. Tschüss.